So, ähm, kleine Info vorab, vorab dem Video. So, ja, ich teste nur ein bisschen mein Mikrofon, weil ich habe jetzt hier von einem, an dem Mikrofon so ein kleiner, so, wie auch immer das Teil heißt, so ein Windschutzdingens, äh, drüber gestülpt, haha, drüber gestülpt, äh, äh, kleine Info vor dem Video vorab, äh, ich habe da, äh, ein bisschen zu viel Essen zu, also, mein Mikrofon ist ab und zu ein bisschen zu viel, da hat sich im, ah, komm, So, was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, mein Mikrofon ist, bei dem, bei den S-Lauten und so, hat sich halt, äh, hat es den Ton zu laut aufgenommen, ein bisschen überschlagen und, naja, bitte entschuldigt diese räudige Audioqualität, ich hoffe, ihr könnt damit leben, ich kann es fast nicht, aber, ja, ich versuche das Beste damit. Na, ja, ich hoffe, euch stört's nicht, genießt das Video, äh, genießt wirklich das Video ohne Witz, naja, wir sehen uns dann, äh, genießt das Video, bis gleich, 3, 2, 1, ba! Mann, es ist 1 Uhr morgens und ich hab schon, für 25% des gesamten Stroms verbraucht, ich bin so kein Öko-Mensch, Greenpeace wird mich hassen, hassen werden sie mich. Oh, ja, seht ihr, ich benutze den Strom hier wie in der Mist geburt. 3, 2, 1, ba! Hallöchen, meine lieben Youngstars, willkommen zu einer neuen Runde Five Nights at Freddy's. Und, ich mach kurz ein bisschen den Endgame-Sound leiser, weil, ähm, naja, äh, wisst ihr, meine Ohren und so. Ne, wisst ihr, ne, komm, scheißegal, continuieren wir die Nacht 4. Ja, und jetzt, Leute, jetzt geht's einfach nur noch, nur noch brutal so und her, nur noch brutal so und her. Junge, jetzt werden Köpfe, jetzt werden Köpfe rollen, ohne Witz. In diese Nacht für Echo. Oh, ich dachte jetzt, äh, das Programm steht jetzt ab, weil es ja vorhin schon, bevor ich, äh, aufnehmen konnte, ist es mir einige Male abgestürzt. Also, guten Morgen, der steht schon, äh, bereit, nimm das Telefon ab. Ja, danke. Oh, diesen, diesen Lächel, der, der bringt mich noch rum. Der Typ auch, jeder Nacht. Psssss. Ähm. Hä? Hör auf zu klopfen, du misst. Das Stück. Alter. Danke, ja, mhm, klopfen, ein bisschen. Ich weiß noch nicht, was du reparierst, aber ich weiß nicht, ob es... Okay. Ah, hallo, ja, guten Morgen, gehst du gut? Oh, scheiße. Och, fuck. Pff. Warum kommt jetzt schon diese Musik? Alter. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Fuck. Sheesh. Ich merke jetzt schon, ich dachte, oh, komm, das Spiel ist doch gar nicht, äh. Also, ich habe mich jetzt hingesetzt mit diesem Gedanke so, ja, das Spiel ist nicht schlimm. Komm, das ist... Machst du kurz den Part, dann hast du es. Ah, ja, guck, hier ist einer und da ist einer. Wir behalten aber diesen Löffel hier im Auge. Naja, ich habe mich hingesetzt mit dem Gedanken, ja, komm, lass das Spiel spielen, das ist nicht, äh, das heftigste Spiel. Und dann geschieht sowas. Naja. Okay, okay. Okay. Ja. Okay. Alter. Oh! Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich sage, ich sage... Kennt ihr das Wort? Oh, Gott. Wie oft man das sagt. Ich habe ganz wenig Angst. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich Angst habe, aber ich habe Angst. Mann, es ist 1 Uhr morgens und ich habe schon... 25% des gesamten Stroms verbraucht. Ich bin so kein Öko-Mensch. Greenpeace wird mich hassen. Hassen werden sie mich. Oh, ja, seht ihr, ich benutze den Strom hier wie eine Missgeburt. Oh, okay. Oh, okay. Naja. Es ist ja nur vierte Nacht. Was will da schon geschehen? Erstmal, wenn ich sowas sage, passiert immer was Schreckliches. Ich hoffe ja nicht, dass was Schreckliches ist. Oh, Gott. Oh, nein. Nein! Fuck! Du Missgeburt! Oh, fuck! Mann. Ich war nicht schnell genug. Oh, fuck! Oh, fuck! Scheiße! Game over! Meine Fresse! Employs only! Alter! Alter, gleich noch mal, Junge! Holy boy! You, okay! Oh, Gott! Scheiße! Wisst ihr, Leute, es ist, um genau zu sein, 21.38 Sonntagsabends. Und, ähm... Dieser Bass... Dieser kleiner, räudiger Hund, der... Ach, du fuck! So. Ich treffe schon die Kam... Oh, ja, guck, guck, der macht schon auf Problem. Oh, mein Gott. So. Was schon für... Alter, nee, schon 6% durchgebombst. Oh, Gott. Oh, scheiße. Nein. Alter. Das klang jetzt, als ob der dahin rennen würde. Hä? Mensch! Change this shit. Äh... Okay. Was? Keiner mehr? Von diesem Raum kommt das Dom-Di-Di-Di-Dom-Dom. Ja, ich bleib aber hier. Oh, Gott. Alter! Warum... rennt denn der andere Bastard? Alter. Okay. Wenigstens ist er noch nicht da. What the fuck? Oh, Gott. Jetzt ist mir auch noch das Spiel abgestürzt. Hä? What the fuck? Habe ich überhaupt aufgenommen? So, ich bin wieder zurück. Und, ähm, irgendwie... Also, ich hänge jetzt nochmal da, ähm, das... Da hin. Äh, noch einen dritten Dingensversuch. Äh, dieses Video... Irgendwie... Hä? Dieser, äh... Dieser, ähm, Scare-Moment. Der hat einfach, ähm... Das Spiel ge-crashed. Meine Freunde. Äh, äh, mhm... Ge-crashed. Da denkst du, wie krank ist das? Ich dachte so, okay. Was ist da los? Ah. Ja, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Guck, gu... Jo, wahrscheinlich weiß er, dass er einen guten Magen hat. Hör doch auf, jetzt schon zu klopfen, dumm Mistgeburt. Das seh ich schon wieder nicht ein. Und ich zittere wie eine Mist... Wie Esslaube, Alter. Ah, äh... Ah! Ja, guck, wer da ist! Guck, wer uns da Gesellschaft leistet. Ist es nicht toll? Ist es nicht toll? Ja. Okay. Oh, scheiße, das war ja am Telefon. Fuck. Oh, mein Gott. What the funky. Ja, danke. Ah, guten Morgen. Scheiße, ich brauch... Ich brauch lange. Merke ich gerade. Okay, jetzt ist er aber weg, oder? Ja. Kommt er wieder? Nee, der ist doch weg, oder? Der ist weg. Der ist immer noch da. Ich muss aber hier hin. Der links lässt uns in Ruhe, soweit ich weiß. Okay, jetzt ist er aber wieder... Okay. Kann das sein, dass der... sich irgendwie ein bisschen aus dem Staub macht. Okay. Also der Fuchs ist nicht hier. Dann, dann, nee, dann. Das kommt aber wieder von da. Er ist hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, da ist er auch schon. Da ist er auch schon. Oh, Mensch. Ich war bereit... für mein Ziel. Ein Uhr morgens erzählt das keiner Sau. Oh, Mensch. Oh, Mensch. Oh Gott. Oh, boah. Ali, Bumba, yay. Man, schalte... Dieser fucking Button. Ohne Witz. Okay, du, du... Oh. Ich höre, wie der andere spinnt. Ohne Witz. Ja, schalt doch mal ab. Ohne Witz. Dieser Lichtschalter, die bringt mich noch in meinen letzten Ler... Nerv. Okay, der links steht jetzt da. Das weiß... Oh, Gott sei Dank. Oh, Mann. Wir haben noch vier Stunden vor uns. Vier... Nicht Spielstunden, sondern In-Game... Ah, halt hier oben. Vier Stunden, wie man sehen kann, ne? Hä? Ist das der rechts? Okay. Oh, shit. Ach, der Scheiße. Drei Uhr morgens. Mein Gott. Mein Gott. Oh, hallo. Der kann jetzt von mir aus kommen. Habe ich nichts dagegen. Aber wette, der kommt erst, wenn der Pisser da weg ist. Alter, wenn ich die vierte noch schaffe, dann fuck ich ab. Oh, shit. Ja. Nee. Nee. Hä? Oh, fuck. Ah! Nee, dieses Spiel... Oh. Oh mein Gott. Was ist nur los? Dieses Spiel ist ja fucking... ...hard. Oh, Gott. Oh. Oh, leid. Nee, alter. Oh, fuck. Okay. Mann, das war's. Lebt wohl. Dieses Spiel. Oh, Gott. Okay. Lass eine... Lass eine... Bewertet ein paar... Bewertet ein paar... ...positiv, wenn er euch gefallen hat. Lass eine konstruktive und eine positive Bewertung da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal, meine Freunde. Bis dahin, haut da rein. Bleibt geschmeidig. Und... Tschö-mi-du, liebe Freunde. Ah ja. Schlaft gut. Und... Passt auf eure Teddybären auf. Hehehehe. Hehehehe. Nee, komm. Tschö-mi-du, haut da rein. Bis dahin, haut da rein.